Guten Appetit und herzlich willkommen bei Wir bestellen bei Lieferdiensten mit Tobi Entertainment. Und Philipp. Heute haben wir mal beim Lieferdienst aus Bielefeld bestellt, der ist ungefähr 30 Minuten von hier weg. Und wir haben uns bestellt einmal einen echten Döner, einen Zick-Euner-Schnitzel mit Pommes und eine Pizza. Margarita. Pizza Margarita, ja. So, wir fangen mal mit den Pommes an, wie die schmecken. Und wir wollen mal sehen. Ich nehme mal so ein paar, hier. Wir zeigen uns gleich nochmal in die Kamera. So, die sehen schon ziemlich dünn aus. Die machen doch. Mh, mh. Die sind sehr pappig. Mh. Hier. Das ist das Zigeuner-Schnitzel mit den Pommes. Überzeugen tut mich das jetzt. Ne. Also die Pommes schmecken nicht, würde ich sagen. Ihnen gebe ich eine 6. Also wir werden von 1 bis 6 6er schlechig sein. Ja, ne, würde ich auch eine 6 geben. Und dann probieren wir mal das Zigeuner-Schnitzel. Oh, das ist ja das 2. Ich meine, ne. Ne, ist ja ein großes. Sicher? Das sind 2. Ne, 2 Zeugen-Schnitzel. Was wird das nochmal? Ja. Sieht heiß aus. Oh. Oh. Und Hühnchen anscheinend. Besser. Besser als die Pommes auf jeden Fall. Ja. Gebe ich mal eine 4. Hm. Schließe ich mich an. Okay. Der Burger ist es jetzt nicht. Der Burger? Der Burger. Achso, der Burger. Dann machen wir weiter mit der Pizza. Die Pizza, die sieht so aus. Ja, sie könnte ein bisschen wärmer sein, meiner Meinung nach. Geschmacklich ist sie in Ordnung. Nur ist halt kalt. Oh, eine 4 plus gebe ich dir. Was würdest du sagen? Ich würde ihm sogar schon eine 3 geben. Schon eine 3. Also geschmackig finde ich doch ziemlich gut. Okay. Na gut, dass sie kalt ist. Das ist halt nicht draufgekühlt, halt immer schnell aus. Ja, stimmt. Gucken wir uns mal den Döner an. Der Döner in Alufroh. Der Döner an. Eingepackt mit frischem Salat. Oh, wie ist das Salat? Das sieht man an die Kamera. Gucken wir mal, wie man das von da aussieht. Aber hier ist er. Der leckere Döner. Ja, ist doch die Hälfte auf Bohnen. Ich, äh, Pizza, weil das ja dein Döner ist, nehme ich mir mal so ein bisschen Dönerfleisch da raus. Oh, Kaline richtig. Ich glaube, das geht. Ich nehme auch mal ein saftiges bisschen. Das ist ein bisschen krass für Salat. Aber der ist frisch, der Salat. Boah, das war ja ein großer, willst du. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, das ist der beste, was wir hier haben. Ja. Doch, der Salat ist sehr frisch und die Soße schmeckt auch sehr lecker. Okay, also, unsere Meinung ist, holt euch am besten beim Lieferdienst einen Döner. Der ist meist warm, viel ist drauf und schmeckt gut. Genau. Vor allem auf frische Produkte müsst ihr achten, weil hier ist auch frische Tomate drauf, das sehe ich. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das ist ein Zeichen, ich mag jetzt nicht unbedingt Tomate so, aber es ist ein Zeichen dafür, dass das ganz gut ist. Ja. Dann schaltet euch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, wir kaufen bei Lieferdiensten. Na ja. Tschüss. 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 Tschüss.